Du hast eine kleine Reise hinter dir und ich bin natürlich so neugierig, bevor wir jetzt hier in das Thema einsteigen. Du bist den Jakobsweg gegangen. Wie kam es dazu? Einfach spontan, schnelle Laune. Ich habe mir gedacht, das muss ich machen. Also ich folge immer meine Intuition und irgendwann im Frühjahr habe ich mir gedacht, ne, heuer, also machen wir mal Urlaub. Okay, ich war erst in Portugal, schöner Relax-Urlaub, aber jeden Tag auf dem Laufband gewesen. Aber vorher habe ich mir schon gedacht, ne, machen wir den Jakobsweg. Ich weiß nicht wie, wo, was, warum. Und da gab es ein gutes Angebot im Internet und zwar, das Schöne ist, dein Gepäck wird von da nach da transportiert. Also der Schnupperweg, 120 Kilometer von Vigo nach Santiago de Compostela. Du fliegst hin, dann gibst du dein Gepäck ab und marschierst 20, 30 Kilometer, also so 25 Kilometer pro Tag waren die Routen. Dann haben wir gedacht, ich bin ja noch jung, 66 Jahre, das packen wir. Also, und dann bin ich, habe ich das einfach gemacht, habe mir sehr viel mitgenommen zum Lernen, zum Hören. Jemand hat gesagt, du begegnest Gott. Dann habe ich gesagt, nein, nein, den habe ich schon lange, was ich Schutzhängel unterwegs gehabt habe in meinem Leben. Ich bin gespannt, was kommt. Aber das Interessante war beim Mineralwasser, Mineralwasser. Immer wieder höre ich das Thema, um Gottes Willen, es geht um das Thema sauberes Wasser, ohne Mineralien. Und dann hörst du immer wieder, das war neulich in der Schweizer Zeitung, eine halbe Seite, um Gottes Willen, kein Wasser trinken mit wenig Mineralien, weil das schwemmt dem Körper die Mineralien aus, da kriegst du Krämpfe, da kriegst du irgendwie alles. Und ich nehme eigentlich jeden Tag Multivitamintabletten, so drei, maximal vier Stück, egal welche Sorte, aber nicht die aus der Apotheke. Im Internet gibt es gute Firmen, gute Produkte, die habe ich genommen. Und diese 125 Kilometer bin ich in fünf Tagen marschiert. Und das Interessante war, ich komme ja vom Fußball und ich kenne natürlich meine Wadl, Wadenkrämpfe, Wadenverletzungen, Zerrungen, das war mein täglich Brot. Also zu mir haben sie schon mal gesagt, El Bandajo. Ich musste immer bandagiert sein. Und immer wieder diese Muskelverletzungen. Tatsache ist, und ich habe mir immer Mineralwasser gekauft und im Ausland kannst du die Mineralwässer sehr gut spezifizieren. Ganz einfacher Parameter, da steht da Trockenrückstand bei 180 Grad. Und auch in China, wenn ich bin, im Oman, da steht immer die Zahl 180 Grad und dann steht irgendeine Zahl. Egal, wenn du das nicht lesen kannst. Und die ist entscheidend. Da habe ich immer Wasser genommen mit maximal 30 ppm parts per million. Also im Wasser gelöste leitende Stoffe. Und in Deutschland gibt es welche, die bieten dir 400, 500, 200 an. Also die Vielfalt ist gigantisch. Also war das genau der Klassiker, der aus diesen aufbereiteten Osmoseanlagen, was dann rauskommt. Und die Tatsache war, fünf Tage lang, dass ich am Schluss, am letzten Tag bin ich 35 Kilometer marschiert und zwei Stunden hingelegt, weil die Sohlen gebrannt haben. Und dann bin ich nach Nacht nochmal zwei Stunden spazieren gegangen. Schön gegessen, getrunken, gesündigt, aber… Gesündigt? Hohe, hohe. Da beginnt bei mir immer Hallohr. Ja, gut Bierchen, Wino und Pulpa und alles. Mio, Pulpa. Jetzt gibt es ja Pulpa. Also die waren richtig gut. Und auf alle Fälle keine Wadenkrämpfe, keine Muskelzuckungen, keine Beschwerden. Und da habe ich ehrlich, ich bin so richtig gedacht, Gott, wie werden wir verarscht? Wie werden wir? Ja, um Gottes Willen, du brauchst doch die Mineralien und ich bin ein Freund der Mineralien und zwar ein leidenschaftlicher. Aber bitte nicht zerriebene Steine aus dem Wasser irgendwo von wie wir da in die Werbeindustrie. Also das Ergebnis war, ich habe besser denn je abgeschnitten. Mir fehlt gar nichts und ich hatte eine Energie nach diesem Jakobsweg, das war unbeschreiblich. Wirklich. Und keine Müdigkeit, kein gar nichts. Also ich kann es jedem nur empfehlen, aber wie gesagt, mein bequemer Weg war, ich habe nicht 20 Kilo getragen, sondern von Ort zu Ort. Die haben wir das Gepäck transportiert und da konnte ich einfach... Für dich, wie spazieren gehen. Ja, ja, klar. Und die Wege sind schön beschildert und die Leute sind gut drauf. Die ganze Welt trifft sich jung, alt. Aber ich habe es natürlich auch gesehen mit ihren Kniebeschwerden und wie sie es dahingeschleppt haben, die armen Kerle. Denken wir auch, Gott, ist das schade. Das hängt schon auch viel mit Wasser zusammen. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020